Nun mal Weltmeister, jetzt, dann kam das Elfmeterschießen, alle hatten die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Paul, Pritze, Breit. Und jetzt noch so Trainingsauslauf spielen, Schmerzen raus, Frankreich und Wales-Watching können. Der Bell, der schießt die Freistoß besser wie der Chef selber, der Ronald Dingdo. In Frankreich aber, aber auch, gegen die, das kommt für mich als Tabu gar nicht in Frage, dass wir da im Leben nicht, weißt du, klar, Frankreich ist Gastgeber, aber im eigenen Land, da kannst du nicht, da bist du, das geht auch nicht, Kopfstoß, weißt du, Zitane, weißt du, jetzt haben wir 10 Jahre Kopfstoßjubiläum, da bist du, da hast du, da musst du, immer, weißt du. Die Schale ist wieder bei uns, alles ist wieder im Status Quadruppel, Jogi, danke, ich habe überhaupt keinen Grund mehr zur Warnlassung, alle waren frei. Bitte zwei Kilometer der Bundesstraße folgen.